Lovelock is back home. Das ist auf jeden Fall die Unterkunft, Freunde. Justin, wieder herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Hi. Putsa? Willst du mal Puzzle geppen? Wir haben hier ein paar Schweizer getroffen. Was geht ab? Was geht ab? Alles gut? Neon. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Laura. Ja, was geht? Muss man machen hier, ne? Da sind wir doch wieder, oder? Da sind wir. Da sind wir lang, ja? Bist du ready? Laura, da ist es hier. Fühl dich, fühl dich, fühl dich, fühl dich. Du sangest du dem schon, oder? Let's go. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Lovelock is back home. Wir sind da wieder, wir sind da. Wir sind in Tulum. Laura ist auch am Start. Justine ist auch am Start. Und ich hab mir gedacht, wir fahren jetzt auf eine Cenote-Party. Und ich hab mir gedacht, bevor wir losfahren, zeig ich euch mal kurz die Unterkunft, oder? Ja. Wie geht's dir eigentlich? Mir geht's gut. Jetzt hier, weißt du doch. Ja. Wir sind einfach wieder da. Die Vibes sind da. Das ist auf jeden Fall die Unterkunft, Freunde. Ich bin hier jetzt nur für eine Woche. Eine Woche gemütlich. Und von hier aus werde ich mir wieder ein Apartment suchen, was on monthly basis ist. Aber ich finde das Ding hier eigentlich süß. Sieht schön aus. Schöner Hof hier. Und bevor wir losfahren, kann ich euch kurz mal die Crypt zeigen. Was zahle ich hier? Ich zahle 300. Was hab ich bezahlt? 300 Euro für eine Woche. Ist schon ein bisschen was, gell? Ja, schon. Ist schon ein bisschen was. Aber geht schon. Tulum ist halt auch nicht gerade günstig. Das müsst ihr euch, bevor ihr nach, müsst ihr euch klarmachen, bevor ihr herkommt. Für mich aber der beste Ort. So, ich war ja in Cancun, ich war in Playa del Carmen. Aber in Tulum habe ich mich am wohlsten gefühlt. Willkommen. Komm inside. Ach, das ist ja süß. Gell? Ich habe natürlich schon wieder ein bisschen Lovelock-Style hier ein bisschen unordentlich gemacht. So. Hier kleines Bett und so. Schöner Traumfänger am Start, Lara. Ah ja, Schöner. Da ist er, der Lovelock. Du isst er. Auf seinem Lovebett. Du wirst gelockt. Perfond. Perfond. Kleines Badezimmer, noch gemütlich. Hast du gespült? Hallo. Gott sei Dank. Geil. So. Sweet, oder? Ja, süß. Hast du einen Balkon? Zeig mal die Aussicht. Zeig mal die Aussicht. Ist okay. Okay. Ja süß. Ruhig. Keine Baustelle, ist gut. Keine Straße auch. Die Hauptstraße ist vorne. Ist gut. Ist cool. Ja voll. Safe, ne? Ja. Kann man sich nicht beklagen. Ich hab dir mal geschrieben, was das Ding monatlich kosten würde. Wichtig auch hier, meine zwei Engel sind natürlich am Start. Engel? Mami und Tante. Ah. Hast du gesehen? Ah. Sehr süß. Meine zwei Schutzengel. Eigentlich jetzt noch kurz das Rooftop zeigen, das ist auch geil. Okay. Lass noch mal kurz aufs Rooftop hochgehen. Bei euch ist es auch richtig geil, ne? Ähm, ja, alle Rooftops in Tulum sind doch geil irgendwie. Ne, ich meine eure Unterkunft. Ja, wow, unsere Unterkunft ist krass, muss eigentlich vorbeikommen. Okay. Wow. Muss ich auch noch mal zeigen. Ich hab gestern, Justine hat mir ein Bild geschickt von dem Schlafbereich. Ich sag dir ehrlich, ich hab gesucht wie eine Gestörte, aber es hat sich gelohnt. All die Asama-Vibes, ne? Übertrieben gut. Okay. Da will ich halt auch eine Wohnung finden in der Area. Ja, da wohnen auch gute Leute so. Ja, finde ich auch. Der Vibe ist Killer dort. Ja. Halt auch schön viel Natur und von den Leuten her auch. Einfach wieder in Tulum, das ist crazy, Freunde. Lass das Rooftop hier. Ola. Ola. Lesio. Hier hab ich gemütlich meinen Yoga schon gemacht heute Morgen. Digga, ich muss mich auch erst mal an die Wärme wieder gewöhnen, so. Geht schon. Du bist schwarz. Ja süß. Cool. Oder? Kann man machen, oder? Voll. Ihr wollt bestimmt auch mal Laura sehen, oder? Komm, wir zeigen mal Laura. Oh nein. Wie seh ich aus? Wie seh ich gut aus? So, jetzt machst du den Vlog weiter oder was? Ja, okay. Also das ist meine Badewanne. Hier zur rechten. Cleopatra-Vibes. Cleopatra-Vibes. Ich weiß nicht, wo meine Ziegenmilch ist. Hey, Girl! Hey, Laura vor Kamera, da fühlst du dich wohl, gell? Ja, ich liebe dich auch. Laura müsste eigentlich auch Vlogs machen, Digga, sei ehrlich. Ja? Schreib mal Hashtag Laura Vlog in die Kommentare, ne? Wenn Laura auch Vlogs macht. Wir gehen jetzt erst mal geil in die Zenote. Ich hab richtig Bock. Ich bin gespannt, wie die Location aussieht. Und das ist auch geil mit DJs und so. Ja, ne? Ja. Das wird heute wild, Freunde. Heute wird fette, fette, fette Party. Ich weiß nicht, links, rechts. Rechts, 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 rechts. Alright. Ich würde sagen, wir sehen uns dann an der Location, oder? Ja. Sag mal Tschüss. Tschüss, tschüss. Pssst. Hast du dich schon wieder ausgezogen, Herr? Bist du wieder im Kleber? Bist du dein Mut? Nichts? Flex, flex. Flex. Flex, du nicht mehr. Tidal die Leder aufmachen, mach mal. Let's go. Du, watsch, 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 watsch. Justine, hallo, ne? Ja, ja, safe. Justine. Justine. What's going on here, man? Ich stehe hier. Es ist so warm im Auto, man. Und, wie geht's? Gut, und dir? Schön, dass du in Tulum bist. Justine wieder, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Hi. Wir müssen definitiv mal ein Update machen. Talkmäßig, weißt du? Ja, voll. Viel passiert in den anderthalb Jahren, ne? Wie geht's dir? Gut. Ja? Ich faste gerade mal wieder. Ich esse nichts seit vier Tagen, aber sonst alles super. Alles nice? Nee, ist gut. Wir gehen jetzt auf eine Party, die Justine uns empfohlen hat. Mach mal raus, paar Infos. Äh, Cenoten-Party. Es ist eine richtig heftige Location. Das ist, glaube ich, die schönste Location, in der ich jemals war. Meine personal Meinung, ja. Und das ist ein Cenoten-Club. Und da ist heute der Geburtstag von einem sehr bekannten DJ hier in Tulum. Also, der kennt auch Gott und die Welt. Und ich glaube, es sind sehr viele Leute eingeladen. Und ich glaube, es wird geil. So elektronische Musik, viele Hängematten. Also, der Flair ist schon sehr speziell. Vibes. Hallo, Justine. Auf dem Weg jetzt zu der Cenote. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Justine uns zeigen wird. Jetzt hier an der Stelle. Grüß dich. Vandlei für den Mann. Sagst du ja? Ja, geil. Toll, ob es wieder am Start hier vorne ist. Wisst ihr Bescheid. Das ist die erste Mal. F***, nur eine. Verzähl, verzähl. Achso, ja, wir sind jetzt erstmal auf dem Weg, gell. Wo gehen wir hin noch einmal. In die Cenote, hieß das, gell. Cenote, oder sowas. Wir hatten DJs am Start, habe ich gehört. Da hat man richtig Bock jetzt. Ein bisschen rumdänzen und so. Vicky, Vicky, vielleicht findest du einen Mann da. Mensch, ich find endlich mal einen Mann. Guck mal, hilfst du mir, oder? Ich mach dir The Wingman. Ehrlich? Das finde ich super, ja. Das finde ich super. Willst du auch, oder? Mensch, das kriegst du auch hin, oder? I got you girls, I got you. Putscher? Willst du mal Puzzeln geben? Ja, du lacht da. On line it in, Mann. Ajo, wir sind da. Butcher. Butcher ist aber nicht gut, oder? Butcher-Mindset sagen doch die Jamaikaner immer. Butcher ist für mich ein Schlachter. Ja, Butcher-Mindset, genau. Ja, 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 ja. Mach mir gravitate to the vegetable, because the vegetable and positive thoughts go together. You know, hunting, animalistic thoughts go with eating meat, because you really have to hunt the meat and kill it, so you have to butcher my insect. Und die Vibes, ne? Geil. Weißt du, was fehlt noch hier in Tulum, finde ich? Mhm. So eine Location, so eine geilen Partys mit Afro-Beats. Ja, feller. Oder mit Reggae, weißt du, was ich meine? Sowas gibt es halt selten hier in Tulum. Da ist, glaube ich, auch noch mal eine richtig gute Geschäftsidee, weil hier sind ja viele Amis auch und viele spirituelle Leute und so, weißt du? Reggae, Afro-Beats, ich glaube, das wird noch mal richtig klein. Mhm. Lass machen. Lass machen. Let's go. Coco Loco heißt die. So. Direkt erfunden, weißt du. Ihr seid doch der Monomer, oder? Was erzähl ich denn du? Mit wem redest du denn eigentlich? Ich bin Leon Love Love Backstage. Warte, wenn ihr mehr von Leon Love Love sehen wollt, dann kommt mein Kanal. My Justine is behind the scenes. Willi Krone, ist das so deine Musik eigentlich? Ist das dein Beitrag? Auf Tabletten ja. Wird auf Vitamintabletten wohlgemerkt. Ja, Ding. B12. Ja, ja. Ja, ja. Bro, was sind das für Vibes hier, Digga? Ich komm gar nicht gleich. Jump it up, man. Let's go. Oh mein Gott. Oh shit, er springt, Justin. Er springt. Weißt du nicht? Doch, das macht er schon. Hollande. Hollande. Musik 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 Hahaha Was up man? Was up man? I'll do it more. Let's go Skrrrrrrr Skrrrrr Die Musik ist so laut, deswegen kann ich nicht so viel reden heute Freunde. Aber die Location ist auf jeden Fall sehr 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 geil. Haben wir am Anfang gezeigt. Butcher Ich geh mal zum DJ Videobach Skrrrrr Skrrrr Yes, Freunde. Immer noch hier auf der Party. Laura, was geht ab, man? Will von dir machen? Komm. Mach ich den Vlog sogar. Vielleicht so. Mach mal so, mach mal so. Nein, nein, komm hier rüber. Fotoshooting it in, man. Jetzt wurde ich hier zum Fotografen degradiert. Aufentspannt. Oh, shit. Geht los hier, Freunde. Das ist ein nice Bild. Ich sehe nicht so viel mit dem Brille, aber ich glaube, ist gut. Oder? Sag, ich bin ein guter Fotograf. Ja, Models und Slacking, man. Aber geht, geht. Freunde, die Location ist echt heftig. Ich liebe diese Hände da oben. Die Hände sind krass, gell? Und, Laura, wie ist es? Wie ist es? Wie ist es, wieder hier zu sein? Ich bin hier immer online. Oh, shit, man. Wir haben hier ein paar Schweizer getroffen. Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Alles gut? Wie lange seid ihr hier? Zwei Wochen, jetzt noch neun, acht Tage? Jetzt noch zehn Tage. Sehr geil. Und du hast mich schon mal auf der Fitness Expo in Basel betroffen? Ja, genau. Zehn Jahre her. Krass, lecker. Pause auf die Reine. Schick ich dir noch. Ja, schick mal rein, ich blende es hier ein, Bro. Peace. Das ist voll crazy, wieder hier zu sein, Freunde, ja? Die Vibes mit den Palmen und mit den Vögeln, das ist echt krass. Ich will einmal Shoutouts raushauen an meinen Livestream-Chat, ja? Einmal Fäuste unten in die Kommentare rein, wenn ihr zuguckt. Ich küsse euer Herz, Love Gang ist am Start. Sorry, ich war nicht mehr live jetzt seit zwei Tagen, aber ich musste natürlich fliegen. Und werde dann versuchen, am Sonntag wieder live zu kommen. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich denke an euch auf jeden Fall. Der Stream ist richtig geil, hat mir mega Spaß gemacht immer und ich werde es auch weiterhin durchziehen, auch hier in Mexiko. Also bleibt weiter online, Link unten in der Beschreibung. Do it, shit in, man. Ich liebe diese Hände. Okay, I love you. Drei, zwei, eins, go. Yes, Freunde. Ich würde sagen, ich mache das Outro hier an der Stelle. Das war's gewesen mit dem Vlog. Kleiner Einblick hier in meine Wohnung und auch auf der Cenote-Party. Wir waren nicht lange da, weil der Fokus auch jetzt nicht ist, irgendwie Party zu machen groß, sondern mehr sich auf den Hustle weiterhin zu konzentrieren. Ich komme auch regelmäßig live. Der Highlight-Kanal geht weiter. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, auf jeden Fall Leon Love Lock Highlights abonnieren. Link unten in der Beschreibung drin. Ich werde jeden Tag weiterhin ein Video hochladen und versuchen, guten Content zu bringen. Ich würde mich über eine Bewertung natürlich auch freuen. Schreibt einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Ich gehe jetzt noch kurz einkaufen mit meinem Scooter. Den haben wir auch reparieren lassen. Der ist nicht mehr angegangen. Die Batterie war leer. Und ja, ich werde immer mal wieder einen Vlog machen. Aber auch nicht jeden Tag, sondern immer mal wieder ein bisschen einschalten und euch auf den Laufenden halten. Auf jeden Fall kommt auf Twitch vorbei und kommt auf Leon Love Lock Highlights vorbei. Ich küsse euer Herz. Be unique. Dabei ist alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out, man. Skrrr. Bis zum nächsten Mal.